Der Höhepunkt der Gewalt ist überschritten. Das ist die Botschaft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die fast 250 Bürgermeisterinnen der Städte, die von den Unruhen erschüttert wurden und mit denen er am Dienstag in Paris zusammenkam. Als Konsequenz aus der Krise kündigte Macron ein Notstandsgesetz an, um den Wiederaufbau zu beschleunigen. Aber die Bürgermeisterinnen wollen mehr. Macron seinerseits ließ sein Bewusstsein dafür durchblicken, als er betonte, dass es nicht darum gehe, seit Jahrzehnten praktizierte Dinge zu wiederholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017